Man merkt schon viele Flirtwillige bei uns. Da kann man mal zu zweit einen ganz gemütlichen, lustigen und romantischen Flirtabend verbringen. Hallo liebe Wiesengaudi-Zuschauer. Bei mir ist der Christian Scherke, der beste, beste Wiesen-Concierge, den ich kenne. Und zwar sind wir im Käferzelt. Christian, wie geht's dir? Danke, sehr ausgezeichnet. Wiesn ist super angelaufen, wir haben super schönes Wetter. Dieser Biergarten voll, heute Abend voll, toll. Gibt es irgendwas Neues am Käferzelt dieses Jahr? Ja, wir haben in der Küche viele Neuigkeiten. Wir haben uns wirklich besonders viel Mühe mit den Speisen dieses Jahr gegeben. Wir haben zum Beispiel tolle Vorspeisenbrette, die nennen sich Bierkutschers Glück, wo wir wirklich so rote Kutschen haben, wo also wirklich, sagen wir mal, besonders Augenmerk auf die Präsentation der Speisen und auch auf die Produkte gelegt wird. Christian, wie hoch ist denn der Flirtfaktor im Käfer? Also ich glaube, der Flirtfaktor ist sehr hoch bei uns im Käfer. Wir haben ja unten hier bei uns im Erdgeschoss, haben wir auch so zwei ganz kleine Tischer, die unter den Treppen sind. Und wenn man mal da rüber schaut, das ist gleich hinter mir. Willst du mal hinschauen? Gehen wir nachher hin. Die sogenannte Spusi-Lounge. Da oben steht auch Spusi-Lounge drüber. Da haben wir auch die roten Herzen aufgehangen. Da kann man mal zu zweit einen ganz gemütlichen, lustigen und romantischen Flirtabend verbringen. Eigentlich müsstet ihr das als Service fast schon anbieten. Wenn da jetzt so ein schicker Single-Mann kommt und sagt, oh, irgendwie bin du alleine, dann könntest du den ja eigentlich da hinsetzen und dann eine passende Weiblein suchen, oder nicht? Ja, so weit geht unser Service dann nicht. Aber wir schauen auch schon einmal, dass, sag ich mal, wenn wir wissen, dass ein Männer-Tisch da ist und ein Frauentisch da ist oder ein Junggesellenabstieg, dass man die Tische nebeneinander legt. Und da ist sicherlich schon die ein oder andere Verbindung rausgekommen. Was würdest du denn den Leuten für einen Tipp geben, die mit dem Flirten so ein bisschen Probleme haben im Käfer? Also, ich kann eigentlich nur sagen, offen auf jeden drauf zugehen und das Ganze mit der Höflichkeit nicht so aufdringlich. Und wenn man einfach, sag ich mal, positive Ausstrahlung hat, glaube ich, dann kommt das ganz automatisch schon wieder zurück zu sein. Aber so an sich, die Leute sind äußerst flirtwillig bei euch. Ja, natürlich. Doch. Also, ich glaube, in anderen Zelten auch, aber bei uns, ich finde, man nähert schon viele Flirtwillige bei uns, dass die hier versammelt sind. So, Aufruf. Alle Flirtwilligen jetzt ins Käferzelt. Vielen Dank, Christian. Absolut, ja. Vielen Dank. Danke auch gleichfalls. Ciao, ciao. Servus, 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 ciao. Bis zum nächsten Mal.